Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. VW290 um 1.000 Euro im UVP gesenkt worden. Wir haben sofort unsere Online-Seite aktualisiert und haben auch Ware nachbestellt, weil auch die Menge scheint begrenzt zu sein. Und somit wollte ich jetzt einfach mal kurz dieses Video machen, um euch nochmal diesen Projektor etwas ausführlicher zu zeigen. Denn ich denke mal, im Moment haben wir in diesem Preissegment von 4.000 Euro nichts Vergleichbares im Markt. Generell sind Projektoren sehr rar, das wissen wir alle. Aber wenn jetzt einmal diese Chance da ist, sollte der andere vielleicht doch wirklich mal zugreifen. In den letzten Wochen habe ich wirklich diverse Kunden da gehabt mit Projektoren, die so fünf bis zehn Jahre alt sind. Und ganz ehrlich, da wird es jetzt, glaube ich, mal langsam Zeit zu wechseln. Denn auch diese Kunden haben mir erzählt, sie arbeiten bereits schon mit Zuspielern, die dann Netflix und Amazon und all das ermöglichen. Aber man wird natürlich diese Qualität dieser neuen Streaming-Dienste gar nicht richtig wahrnehmen können, weil die Projektoren von vor fünf oder zehn Jahren bei Weitem noch nicht 4K HDR konnten oder eben noch nicht so gut konnten wie dieser hier. Also, in den nächsten Minuten kurz mal eine Erläuterung von uns, von diesem sensationellen Projektor mit diesen wahnsinnigen Bildeigenschaften. Nein, also bis so ganz überzogen will ich es jetzt nicht präsentieren, aber es ist wirklich ein gutes Gerät. Wir haben ihn auch wirklich hier in unserem Vergleich jederzeit gerne gezeigt. Muss aber auch fairerweise sagen, mit dem alten Preis von 5.000 Euro tat er sich dann schon etwas schwerer, wenn man einen N5 daneben sah. Aber jetzt, wie gesagt, für 4.000 Euro ein wirklich gutes Paket und Paket bezieht sich jetzt mal erstmal auf die Basistechnik. Ich dachte mir, ich zeige mal kurz was aus unserem kleinen Schränkchen, wo die ganze Technik mal so im Einzelnen aufgelistet ist oder wir auch was zeigen können. Denn dieser Projektor arbeitet ja mit einer von Sony entwickelten sogenannten SX-RD-Technik. Der eine oder andere, der uns hier zum ersten Mal sieht, fragt sich, wofür steht das denn jetzt schon wieder? Das sind Displays, die hier drei Stück, rot, grün, blau, miteinander so fest verbunden sind, dass wir unter anderem auch gar keinen, ich sag mal, offenen Bereich dazwischen haben. Stichwort Staubanfälligkeit, das ist hier so gut wie ausgeschlossen. Und diese Technik arbeitet eben so, dass diese kleinen Pixel, diese Flüssigkristallpixel, nicht das Licht wirklich hindurch lassen, sodass es auf der anderen Seite rauskommt, sondern das Licht geht hier durch und wird wieder zurückreflektiert. Und diese Technik hat somit in den ersten Jahren schon außergewöhnlich gute Farben, Kontraste und, ich sag mal, pixelfreie Bilder darstellen können. So, mittlerweile sind wir im Bereich von 4K angekommen. Das heißt, Sony war der Erste, der einen sogenannten nativen 4K-Projektor präsentierte. Nativ heißt also, die Anzahl der Bildpunkte waren echte, in dem Fall 4096 Bildpunkte, also sogar noch ein paar mehr als die, die wir brauchen, wenn wir eine UHD-Scheibe anschließen und darüber schauen möchten. Und ja, Sony hat das Ganze über die Jahre immer wieder verfeinert und in letzter Generation, beim 290er, hat man unter anderem nochmal deutlich an der Helligkeit geschraubt. Also wir sind gut mit 1500 Ansilumen dabei und das schon mit sehr, ziemlich normgerechten Farben, wie es so schön heißt. Das heißt also, dieses Bild ist schon sehr natürlich in der Farbwiedergabe und wir haben einen sehr, sehr guten Inbildkontrast. Ich werde vielleicht mal ein paar Bilder, während ich hier die ganze Zeit am Quatschen bin, mal einblenden, damit ihr auch nochmal das eine oder andere sehen könnt. Wir haben hier eine normale mattweiße Leinwand mit einer Bildbreite von 2,44 Meter. Und genau unter anderem diese Bildbreite ist dieser Projektor hervorragend geeignet. Das heißt also, ich sehe dieses Gerät im Wesentlichen sicherlich bei Kunden oder Anwendern, die ein Wohnzimmer haben oder auch einen nicht so optimalen Raum. Und natürlich am Ende des Tages in jedem Heimkino hat der natürlich auch seinen Platz gefunden, weil auch der Schwarzwert bei diesem Projektor dank der SX-RD-Technik zu den wirklichen oberen Liga das Gerät führt und auch das entsprechend zeigen kann. Grundsätzlich bei dem Projektor, das sind ja nicht mal die kleinsten Klopper für alle die, die vor zehn Jahren zuletzt ein Beamer gekauft haben. Die werden sich vielleicht wundern, dass die Geräte nicht viel kleiner, sondern mittlerweile sogar noch ein bisschen größer geworden sind. Aber das liegt eben unter anderem mit der hohen Lichtleistung zusammen, mit der starken Lampe und der Hitzeentwicklung, die da im Inneren stattfinden kann. Und somit hat man hier also einen Projektor, der grundsätzlich geschlossen vom Gehäuse ist bis auf vorne und ein bisschen hinten. Das heißt, die warme Luft strömt hier vorne raus, hat den Vorteil, man kann so einen Projektor sehr, sehr, sehr nah an die Rückwand dran stellen. Das ist also überhaupt kein Problem. Wir haben noch nicht mal das Anschlussfeld hier hinten. Bei manchen Projektoren wird es auch dann noch mal ein paar Zentimeter an Platz kosten, sondern die Anschlüsse befinden sich jetzt hier alle an der Seite. Da haben wir dann zwei HDMI-Eingänge, die natürlich dann für unsere aktuellen 4K-Signale geeignet sind. Ein Stichwort ist HDMI 2.0. Was können wir sonst noch anschließen? Wir könnten noch einen Trigger anschließen. Wir haben noch eine Infrarot-Verlängerung, die wir anschließen können und USB-Anschluss für Software-Updates. Sollten die mal kommen, dann kann man die auch selber durchführen. Selber durchführen muss das Gerät nicht in den Service. So, für alle, die den Sony schon in der Vergangenheit besessen haben oder im Moment noch besitzen und überlegen, das Gerät zu wechseln, gibt es auch noch mal eine frohe Botschaft, was die Dickenhalterung angeht. Da muss auf gar keinen Fall, ich sag mal, die Löcher schon mal nicht geändert werden. Der Halter selber könnte vielleicht geändert werden, weil das Gerät ist natürlich auch schon ein bisschen schwerer als vielleicht Vorgängermodelle. Und man hat immer hier unten am Rücken, Rücken sei schon, am Bauch drei Löcher im Dreieck angeordnet. Der Abstand ist immer identisch. Das Gewinde ist immer identisch. Und somit hat der ein oder andere Kunde überhaupt kein Problem mit der vorhandenen Halterung, die so sicherlich seine 15 bis 18 Kilogramm mindestens halten sollten, das Gerät einfach auszutauschen. Ansonsten empfehlen wir natürlich unsere Designhalterung, die hier das Bestmögliche bietet an Stabilität, Aussehen und auch Einstellmöglichkeiten, wenn es darum geht, den Beamer perfekt in die Waage zu bringen. Ja, so viel dazu. Da gibt es eine Fernbedienung natürlich. Mit der Fernbedienung habe ich alle wichtigen Funktionstasten direkt aufrufbar. Aber da kommen wir gleich auch nochmal zu, Stichwort Funktionen und Einstellungen. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, wir sind nicht am Tunen, sondern wir kalibrieren richtig. Das macht konkret der Holger, Quatsch, der Holger, der Holger, der ist gerade Kinos am Plan. Ne, das macht der Raphael. Der Raphael Vogt macht das Ganze. Und der Raphael, der packt die Geräte aus, der lässt die auch ein bisschen warm laufen, weil das ist sicherlich etwas, was man berücksichtigen sollte, wenn man ein Gerät kalibriert. Und dann werden diese Geräte kalibriert für verschiedene Signalarten. Also nicht für den Inhalt, ob das jetzt ein Comics-Film ist oder ein Fußball oder was auch immer, sondern wir kalibrieren nach einer Norm. Denn egal, was da als Inhalt gezeigt wird, der Film ist oder die Kameras sind nach entsprechenden Normen natürlich eingestellt worden. Und somit haben wir also hier ein sogenanntes normengerecht eingestelltes Gerät. Bedeutet, wenn ich eine Blu-Ray gucke, ist das alles richtig eingestellt für den Blu-Ray-Wiedergabe. Egal, ob der Film dann grün, gelb, blau oder rot ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für 4K-HDR-Inhalte. Und wer das alles dann mal sehen möchte, was da alles umfangreich eingestellt werden muss, weil jedes Gerät wird damit eingestellt, dauert gut und gerne 3,4 Stunden der ganze Spaß, ist das dann so, dass wir ein Protokoll haben. Das wird dann zugeschickt. Aber die Einstellungen sind bereits schon hier abgespeichert, sodass eigentlich der Anwender nur noch das Gerät einschalten muss. Und dann kann er loslegen. Das heißt, hier ist also nichts mehr nochmal fein zu justieren. Wenn er ein helleres Bild haben möchte, als das, was mit normgerechten Farben möglich ist, ja, na gut, dann gehe ich auf die entsprechenden Einstellungen des Projektors, die er schon am Werk hat. Und dann stelle ich eben ein, zwei dieser oder wähle aus diesen Einstellungen aus, aus diesen Voreinstellungen. Dann habe ich zwar ein deutlich helleres Bild, geht natürlich ein bisschen die Farbtreue verloren. Der Kontrast ist auch vielleicht nicht mehr der optimale. Aber das ist dann für die jeweilige Situation, vielleicht Sonntags-Normittag, Sonnenschein im Wohnzimmer, dann vielleicht die bessere Variante. Okay, Lampe kann man selber tauschen, ist hier ein Deckel, den man hier entfernen kann, kann die Lampe relativ einfach selbst tauschen. Das sind eigentlich normalerweise zwei bis drei Schrauben, die man nun mal eben lösen muss. Dann zieht man so eine Kassette raus, Lampe wieder rein, Thema erledigt. Man geht auf den Lampentimer oder Lampenzähler, stellt den wieder auf 0 ein und schon kann der Spaß ruhig weitergehen. Empfehlenswert ist, solche Geräte wirklich regelmäßig zu verwenden aus unserer Erfahrung heraus. Also so ein Gerät nur ein, zwei Mal im Monat einzusetzen, ist eigentlich ein bisschen schade. A, vom Spaß, B, auch was die Technik angeht. Also wir würden schon ganz klar sagen, benutzt das Gerät regelmäßig, dann ist das eigentlich auch das Beste, was die Leistungswiedergabe und Qualität angeht, je gegeben. Was haben wir noch? 24 Monate haben wir auch, aber wir geben noch 12 dazu, also mehr oder weniger Sony gibt uns 36 Monate auf diese Geräte, was also auch grundsätzlich ein gutes Zeichen in Vertrauen für diese Gerätetechnik ist. Es gibt ja noch den großen Bruder, das ist dann der 590er und der 590er hat nochmal eine etwas stärkere Lampe, kann also noch mehr Licht auf die Leinwand projizieren und hat somit auch nochmal die Möglichkeit, Leinwände von sicherlich auch gut drei Meter nochmal sehr gut auszuleuchten. Ja, und dann haben wir noch die Möglichkeit, eine Bildgröße abzuspeichern, das heißt, wenn ich eine 21 oder 16 zu 9 habe, man nennt das Lens Memory, dann kann ich das verstellen bzw. auf Knopfdruck verstellen. Man muss das nicht jedes Mal manuell alles fein justieren. Ist eine Funktion, die beim 590er noch drin ist. So ist es. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal zwei, drei Einstellungen an, die man im Bild auch sicherlich mal hier über die Kamera ganz gut erkennen kann. Summa summarum ist das für 4000 Euro ein wirklich fantastischer Projektor, den es in weiß und schwarz gibt. Weiß ist ja dann meistens das wohnzimmerfreundlichere Gerät, ganz unscheinbar ist er nicht, aber er sieht auf jeden Fall schon mal weniger, ich sag mal, ist weniger schwarzer Klotz an der weißen Decke. So muss man es vielleicht mal ausdrücken, weil das ist ja schon ein Klopper, aber in weiß ist er schon sehr dezent und der Schwarze, der findet natürlich meistens seine Anwendung in wirklich einem dunklen Heimkinoraum. So, was haben wir noch? Ich wollte noch was sagen zum Thema Bildbreite, Bildgröße. Das muss ich mir aber ehrlicherweise, weil das kann ich mir nicht merken. Da gucken wir mal eben kurz hier rein, was die entsprechenden Abstände angeht. Wenn ich also jetzt hier eine Leinwand habe in 16 zu 9 und ich will eine Bildbreite, diagonal ist das jetzt mal 100 Zoll, das sind 2,20 Meter, dann brauche ich einen Abstand von etwas über 3 Meter. So, und im Durchschnitt haben wir meistens Bildbreiten, die so um die 2,50 Meter sind, da liegen wir so bei 3,50 bis 3,80, frühestens dann möglich eine solche Bildbreite zu erzeugen. Das ist von der Erfahrung her schon so, dass das in den meisten Wohnzimmern ohne Probleme passt und dann kann man den Projektor entweder über Kopf hängen oder auf ein Brett stellen. So sieht es aus. So, jetzt gucken wir nochmal zwei, drei Bilder und dann hoffe ich mal, ja, habe ich das Interesse geweckt, wie es so schön heißt, denn wir sind ja offen, wir können euch die Geräte zeigen, haben die auch hier direkt ab Lager kalibriert fertig vorhanden und dann könnt ihr die auch direkt mitnehmen oder wir schicken sie zu. Und wichtig ist vielleicht noch für den einen oder anderen, klar, wenn man natürlich wirklich jetzt einen älteren Projektor hat, der so seine fünf oder zehn Jahre oder vielleicht sogar noch älter im Einsatz ist, dann ist spätestens, wenn wir über 4K reden, natürlich ein anderes HDMI-Kabel notwendig. Dann muss man also schon die neuen Generationen an HDMI-Kabel einsetzen, da müsst ihr mal gucken, wie weit man das tauschen kann. Und natürlich, je nachdem, was für Quellen wir auch dann haben, 4K-Quellen gehe ich davon aus, muss auch der Verstärker mal überprüft werden, ob der denn auch schon in der Lage ist, dieses HDMI-4K-Signal durchzuleiten. Ja, das wäre auch noch wichtig, da helfen wir aber gerne, könnt ihr uns gerne Fragen stellen, schickt uns eine Mail, ruft uns an oder kommt jeden Samstag zu uns, denn da zeigen wir uns das Ganze live. 3D, 3D, ja, für alle die, die da eine 3D-Sammlung haben, jawohl, der Kollege kann 3D, gibt es entsprechende Shutterbrillen zu, habe ich ein Vorgängermodell von Sony, was bereits schon mit Shutterbrillen arbeitet, und zwar mit den Funkgesteuerten, dann kann ich das natürlich weiterhin verwenden. Es wird kein separater Sender benötigt, den man hier irgendwo anflanscht, sondern ich kann wirklich sofort loslegen und eine beliebige Anzahl von 3D-Brillen jetzt mit dem Projektor nutzen. Und das heißt, die Nachbarn können auch kommen und der eine oder andere hat vielleicht sogar eine kompatible Brille, dann können wir alle noch 3D-Filme gucken. Jo, jetzt habe ich aber schon, glaube ich, zum dritten Mal gesagt, jetzt gucken wir uns mal ein paar Bilder und das tun wir jetzt auch mal. Ja, wir sehen also hier jetzt im Menü von dem Sony-Projektor, dem 290er, hier sind unsere Einstellungen unter Referenz abgelegt. Das heißt also, die ganzen kalibrierten Werte befinden sich hier unter der Referenz. Und das Schöne an dem 290er ist, man kann auch unter Referenz dann weitere Einstellungen unterlegen, die man beispielsweise bei der Blu-ray verwendet. Dann steht das Wort HDR natürlich nicht mehr dahinter, denn hier bei HDR heißt also nichts anderes, wir nutzen die Werte für den HDR-Wiedergabe. Man kann das auch immer überprüfen, wenn man möchte, was hat man jetzt hier so zugespielt, dann sieht man das also hier an den entsprechenden Signaleingang. Und wenn ich jetzt aber umschalte auf einen Film, der von der Blu-ray kommt oder aufs normale Fernsehprogramm und da ist nun mal nichts mit HDR, dann würde das Wort nicht mehr erscheinen. Trotzdem bleibt Referenz, weil dahinter werden dann die weiteren Bildparameter aufgerufen. Summa summarum, man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Man schaltet das Gerät ein, hat sofort ein Bild und somit ist das Ganze hier sehr benutzerfreundlich. Jetzt geht es ein bisschen in das Menü rein für den persönlichen Geschmack. Das ist dann unter anderem einmal die Einstellung, die da heißt Realismus. Hier kann dann gerne der Anwender auch mal seine Filme etwas schärfer darstellen, als sie vielleicht so sind. Denn das ist hier über die Funktion Auflösung. Da lässt sich dann entsprechend nochmal leicht die Schärfe anheben. Man sollte es nicht übertreiben. Die berühmten Doppelkonturen, wie man sie früher sah, die werden hier sicherlich nicht so schnell auftreten. Aber irgendwo ist auch irgendwo mal Schluss, was das natürliche Bild angeht. Und ich finde, dass das Sony mit der Voreinstellung 20 schon einen schönen Job gemacht hat. Nichtsdestotrotz, wir können es aber auch dann weiter herausarbeiten. Und dann sieht man sehr schnell, dass dann also schon im Bild die Konturen an den Übergängen etwas angehoben werden. Also gerade zwischen hell und dunkel. Und das macht dann für mein Auge dann im Gesamten einen etwas schärferen Bildeindruck. Ja, okay. Also das sind aber auch Sachen, die man nicht einstellen muss, weil das ist ja, da ist der Geschmack nun mal unterschiedlich. Also nicht einstellen muss von uns, weil das hat mit Kalibrieren nun mal gar nichts zu tun. Und wenn wir nochmal nachschauen bei Realismus, dann gibt es eben auch nochmal hier Einstellungen wie einen Rauschfilter. Das ist etwas bei älterem Material, kann man das sicherlich schon mal aufrufen. Grundsätzlich empfehle ich eigentlich immer eine Blu-ray oder natürlich 4K-Inhalte zu zeigen. Soll es eine DVD sein, kann man machen, aber man darf keine Wunder erwarten jetzt mit dieser Technik. Das muss man auch mal klar sagen. Okay, gehen wir nochmal einen zurück. Gehen wir da mal hier rein. Hier gibt es eine Funktion, die hat für viel Aufregung gesorgt im ersten Moment, als sie angekündigt worden ist. Nämlich die sogenannte dynamische HDR-Verstärkung. Unter Dynamik würden wir sagen, verstehen wir, dass während des Films das immer wieder angepasst wird. Das können wir aber nach all den Tests nicht wirklich erkennen. Das ist eine Anhebung, ich sag mal, der hellen Elemente und man versucht eben das dunkle, weitgehend dunkel zu halten. Trotzdem wird auch das etwas aufgehellt. Ich habe absichtlich mal diese wirklich sehr extreme Bildsequenz verwendet, hier aus dem Film Aquaman, um das mal über die Kamera rüber zu bringen. Wir haben das jetzt hier ausgeschaltet und natürlich, wenn ich das jetzt hier einschalte, sieht man doch sehr schnell, das gesamte Bild wird etwas angehoben. Es wirkt auch ein bisschen flacher. Also da muss man aufpassen. Je nach Film, je nach 4K-HDR-Film würde ich das nicht übertreiben wollen. Auch wenn im ersten Moment das Bild vielleicht hell ist, aber es gehen auch Inhalte verloren. Also sagen wir mal ganz klar, Niedrig-Mittel ist normalerweise der richtige Wert. Das muss dann schon ein ziemlich düsterer 4K-HDR-Film sein, wo selbst die Leuchten, die Lampen, die da drin sind im Dunkeln, kaum Licht zeigen oder kaum Helligkeit zeigen, dass ich diese Funktion dann wirklich aktiviere. Also sie ist grundsätzlich gut, aber sie verspricht jetzt ehrlicherweise auch keine Wunder. Deshalb einstellen auf einen Wert, Niedrig- oder Mittel, ganz selten, wenn es sein muss, auf Hoch. Und dann haben wir da ein sehr gutes Bild, weil ein anderer Effekt entsteht auch. Wenn wir wirklich tolle Farben hier im Bild haben, wird man merken, dass sie auch blasser werden, wenn ich diese Hocheinstellung habe. Also es gibt jetzt hier nicht das Wundermittel nach dem Motto, mach das eine, ohne das andere zu lassen. Das hängt meistens doch irgendwie alles ein wenig zusammen. So, Niedrig-Mittel, tolle Geschichte, sollte man so einstellen. Aus ist für manche Filme dann doch ein bisschen arg duster. Und dann haben wir auch das geklärt. Ja, und wenn wir nochmal einen weitergehen, dann können wir hier noch eine Funktion sehen. Klar ist logisch, die Lampenhelligkeit, das ist dann so, dass der Projektor, auch da müsste ein Unterschied sichtbar sein jetzt auf der Kamera. Der Unterschied ist eindeutig sichtbar. Hörbar ist er kaum, es wird minimal etwas lauter, das Gerät. Insoweit ist es nicht selten, dass die Kunden die ganze Zeit das Gerät im Modus hochlaufen lassen. Gut, das haben wir auch. Was nehmen wir noch daneben? Dann gehen wir mal in die Motionflow. Naja gut, das ist etwas, das kennen wir von Sony schon seit ewigen Zeiten. Die sogenannte Zwischenbildberechnung. Wenn also Filme etwas ruckelig rüberkommen, dann werden die hier eindeutig etwas weicher, etwas feiner dargestellt, etwas geglätteter. Stark glätten, das wirkt dann schon wirklich wieder so wie ein Computerspiel. Und True Cinema nutzen wir hier bei den normalen Einstellungen wie 24 Bilder oder 50 überhaupt nicht. Lassen wir mal weg. Also schwach glätten, der ja noch nicht ins Handbuch reingeschaut hat, aber bereits von einem Sony besitzt. Der hat es vielleicht generell auf Ausstellen und sollte sich mal hier auf schwach glätten einstellen. Fakt ist auch, der Sony 92 kann es bei jeder Signalart diese Glättenfunktion aktivieren. Das war ja bei den Vorgängermodellen nicht möglich. Da war dann eben bei 4K nichts mit schwach glätten. Das geht jetzt. Und alle die, die diese Funktion sehr lieben bei der Blu-ray, die werden sie genauso lieben auch bei den Inhalten von 4K. Ja, das haben wir auch. Das sind so die wichtigsten Einstellungen, die wir jetzt mal hier zeigen wollen. Und dann zeigen wir nochmal zwei, drei Sachen, die eben ganz wichtig sind bei der Ausrichtung. Da gibt es dann beispielsweise die Menü-Taste, mit der ich jetzt hier umschalten kann auf ein Testbild. Und das Testbild ermöglicht es mir jetzt sehr einfach, hier mal die Schärfe zu verändern. Alles wird natürlich hier über eine Fernmedienung durchgeführt. Und dann können wir eben auch sehr gut das Ganze umstellen auf, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, aber es ist doch schön dunkel hier. Machen wir nochmal. So, jetzt können wir nochmal die Taste drücken für die Bildgröße. Und wir können nochmal die Taste drücken für gleich den Lenshift. Müsste eigentlich gut zu sehen sein. Ihr müsst daran denken, das ist ja ein Panel, was ein bisschen mehr ist als eben 16 zu 9. Das ist ein 17 zu 9er. Aber somit wird man das Bild auf diese Linie einstellen, auf die innere vertikale Linie. Und dann wird ihr auch sehen, dass die untere und die obere Linie sauber in eure Leinwand hineinpasst. Drücke ich nochmal die Taste, zoomen. Jetzt kann ich die Objektivlage verändern, also ganz weit nach oben, ganz weit nach unten. Und oh Wunder, es geht auch noch eine Menge nach rechts und nach links. So, auch das kann ich jetzt hier mal eben demonstrieren, wie das geht. Geht auch alles ziemlich flott und zügig. Kann ich mit Testbild machen, kann ich auch ohne Testbild machen. Heißt konkret, ich kann auch das so einführen oder so durchführen, dass man ein laufendes Bild hier sieht, um dann die entsprechende optimale Ausrichtung des Projektors durchzuführen. Das sind so im Wesentlichen, sag ich mal, hier die Funktionalitäten des Projektors des 290er. Es gibt ja noch einiges an Material bei uns auf der Homepage, könnt ihr euch noch anschauen. Ich halte nochmal fest, für 4Mille ist das ein Projektor, der also für viele Leute echt einen gewaltigen Mehrwert bringt, die jetzt vielleicht doch ihr älteres Gerät ablösen möchten. Echte 4K, 3D-Wiedergabe, eine Menge Licht auf der Leinwand, bis zu 1500 Ansilom, heißt auch in heller Umgebung gut einsetzbar. Keine Pixelstruktur, die man hier sieht, 36 Monate Sony-Garantie von uns kalibriert, im Preis inklusive. Heißt schlussendlich, einschalten, loslegen und wirklich viel Spaß haben. Das sollte es soweit gewesen sein, von unserer Seite aus. Freut mich auf ein persönliches Wiedersehen dort, wenn es möglich ist, in den nächsten Tagen und Wochen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, Fingerchen nach oben, würde uns auch freuen. Oder den ganzen Kanal abonnieren und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020